Ja, kraft mir mal, von was ich getötet wurde. Perfekte Hexe. Extremig. Schabarga. 6 Sekunden, das bringt's ja überhaupt nicht. Erstmal ein neues Schwertkrochen. Ja. Man hört meine Freude, ne? Ja. Gästig, nice. Ja, ne? Starling. Ich bin auch schon wieder am Sterben. Ich glaube, ich habe die ganzen Dicks hier oben vergessen. Aber hier ist zumindest noch ein Schwertkrochen. Was ich noch nicht verloren habe. Aber das wird jetzt auch verloren. Mann, ich brauche irgendwas zu fressen. Ich muss einfach nur runterkommen. Zu diesen verfickten Spinnen. Aber ich komme da nicht runter. Ich habe nämlich keine Blöcke zum Bauen. Ohne Diaschaufel. Das ist da drinne gewesen. Und ein Namensschild. Und ein Smaragd. Toll. Geil. Ich weiß noch mal alles. Alles. Ich habe keinen Platz für eine Feder. Egal. Ich sage hier Papier. Ich sage hier Papier. Ich sage mal eine ganze Creeper-Army. Die Fick. Creeper-Army. Ja, scheiße. Silberfische sind immer noch besten. Die kann man auch immer noch zumindest töten. Ach, nö. Verpiss dich, du blöde behinderte Fickse. Geh weg mit deinem Pissgift. Ich bin eine Hexe. Ich muss dich vergiften. Ich bin eine behinderte, beschissene Hexe mit einer Nase, die aussieht wie ein Pimmel. Meine Fresse. So schaut's aus. Alter. Alter. Als ob. Als ob. Als ob. Nein. Mann. Nein. Ich hasse es, Mann. Man stirbt immer, weil man überreckt. Weil man verdammt noch mal nichts zu fressen hat in den scheiß Kaffladen. Gibt's doch nicht. Ich glaube, man kann sich Apple-Trees-Appleaks oder so bauen. Könnte ich erst mal Red die Fresse dafür einschlagen. Der wollte die Scheiße unbedingt. Und dann kümmert er sich nicht mal drum, dass man genügend zu fressen hat. Ja. Soll ich uns Apfelbäume züchten? So ein Feld mit Apfelbäumen. Können wir uns Apfelsaft bauen? Ja, Apfelsaft. Bringt das mehr wie Apfelfressen? Ja. Nicht? Ja, tatsächlich ja. Loll. Das hört sich zwar komisch an. Aber ich brauche endlich mal ein perfektes Bett, damit ich es schlafen kann. Wenn ich nicht die ganze Zeit diesen Kack-Bäck hochrennen muss. Mann, da komme ich nie wieder hin, wo ich gestorben bin. Muss ich mir schon wieder ein Schwert bauen. Wo bist du denn da? Jetzt bin ich wieder beim Turm. Hallo. Sind hier Stöcker drinne? Ja, haben wir irgendwo Stöcke. Stöcke. Gib mal einen her. Ich habe ja keinen. Ja, ich habe auch kein Holz. Als ob hier kein Holz mehr ist. What the hell? Wo ist denn das ganze Holz hin? Ja, lol. Alles klar. Kein Holz mehr am Start. Ich glaube, einer von uns hat vergessen, das Holz loszuwerden, bevor wir im Dungeon runtergegangen sind. Ich glaube, das war ich. Das ganze Holz liegt, glaube ich, nämlich noch im Dungeon. Und Limettenholz. Och Mann, jetzt habe ich das Falsche gecraftet. Kaul aus Labs eigentlich wieder die normalen. Puh, zum Glück kann man nicht mehr als Dorns draus bauen. Ah, danke. So, den Juicer haben wir schon mal. Können wir uns wieder Saft bauen. Ja. Tüglich Saft fressen. Mit Flasche natürlich, immer. Ist okay. Ja, Grae, du Fromm. Wir essen immer auch. Wenn wir was trinken, essen wir gleich die Flasche auch noch mit. Ja, nice. Glas, schön knusprig. Hast du jetzt schon ein Schwert? Ja. Im nächsten habe ich zwei gecraftet. Ja, nice. Vor allem, was ist das für eine Scheiße? Warum ist das so tief im Tor? Ich glaube, ich nehme da ein paar Stonebricks mit und bau den Boden einfach neu aus. Ja, geil. Den Tisch platziere ich nämlich genauso, wie der da ist. Wir holen uns dann einfach mal ein paar Wolken aus dem Äther und springen einfach runter. Und springen immer wieder hoch. Easy. Wir hätten gut die Portal Gun benutzen können. Aber... Alter, hier sind ja auch noch Grabsteine. Hier ist noch ein Eisenschwert drin. Geil. Das würde uns auch irgendwie nichts nützen, die Portal Gun, wenn die Portal Gun unten liegt und wir irgendwie oben stehen. Überall sind diese Scheiß-Leuchtfeuer von meinen Gräbern. Ja, solltest vielleicht einfach mal alle abhauen. Ja, ich weiß aber nicht, wo die sind. Die ganzen Gräbern sind ja alle irgendwo verschollen. Ja, ich habe ja schon einen. Aber die Leuchtfeuer sind ja nicht mehr da, wenn sie leer sind. Dann ist da ja keins mehr. Oh, ein Leuchtfeuer ist schon mal weg. Oh, ein Wunder, dass der in die Kiste geschrottet wird. Ein Wunder, dass ich hier wieder hingekommen bin. Nein, Silberfisch! Hallo, mein Silber! Hallo. Hier sind Silberfische. Silberfisch! Alter! Woher gewalttest du Leute? Alter! Ich bin zu ***. Schau! Mit du! Toll, toll. Gut, ich habe mich gerettet, aber ich komme nicht mehr weg. Oh, ich habe meinen Grab wieder gefunden. Geil! Ich bin wieder zurück zu meinem... Help me! Help me, please! Ich bin von Spinnen gewinnt! Ich helfe über einen Spawner in der Liane, help me! Ich werde gerettet von Spinnen. Mir geht es auch nicht gerade besser. Jetzt stoppen die Spinnen auch bei mir. Jetzt gerettet, Skillet! Ich kann den jetzt schlagen, solange der da drin steht. Erstmal schnell die Wand einfach... Ich habe Holz! Ich habe Holz, ich habe Holz! Yes! Ich und mein Holz! Holz! Nein! Spinnen! 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 Nein! Nein! Hilfe! Wo bin ich hier gelandet, Alter? Spinnen! 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 Nein! Hilfe! Darf ich kurz fragen, was ihr treibt? Ja, geiles Zeug. Geiles Zeug. Wo seid ihr denn? Äh, ich. Im Dungeon. Im Dungeon, unter dem Siegel aus. Ich habe Spawn. Alter, wie viel hält denn die Hexe aus? Nein! Mini-Zombie! Nein! 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 Geh weg! Wir im Dungeon liegen jetzt doch toll bei einem Fressensschwert, Alter! Nein! Alter! Was? Oh mein Gott! Übertreibt! Geiles! Ey Grin, ich habe genauso viele Tote wie du. Pass. Gerade eben hatte ich genauso viele Tote. Alter, da waren drei Hexen. Die haben mich mit irgendeinem Scheißdreck beworfen. Ja! Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Das ist schon schlimm genug, wenn es nur eine Hexe ist und man sich nicht wehren kann. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Die obere Hälfte habt ihr schon komplett leer geräumt? Nein. Nö. Wir haben irgendwie unten angefangen. Wir wollten unbedingt sterben die ganze Zeit. Ja! Nice! Und irgendwie haben wir noch... Ich glaube ich habe wieder das ganze Holz unten, oder? Nee, zum Glück nicht. Das ist doch eigentlich schön hier. Naja, hier waren wir schon. Auf der Etage, aber hier unten noch nicht. Ich räume trotzdem die Kisten, der dir Sachen übrig gelassen hat. Ja gut, da ist noch eine Scheiße dran. Ja. Und such nach einem Crafting, nach einem Enchanting Table irgendwo da. Ja. Ja, wir brauchen unbedingt einen Enchanting Table. Ja. Dann könnte man vielleicht da mal was ausrichten gegen die Bitches hier. Ja. Auf ersten oder zweiten Ebene. Ab und zu auch auf der dritten Ebene. Aber eher selten. Hier gibt es einen Ofen. Hier gibt es einen Ofen. Ich habe einen Zombie-Kopf bekommen. Hallo Silberfels. Ich habe schon zwei Stück. Warum hast du eigentlich nur ein Holzschwert? Holzschwert hab. Steinspitze haben hier. Wir klopfen uns hier schon die ganze Zeit mit Eisenschwertern rum und verlieren die ganze Zeit massig an Eisen. Weil das alles irgendwie unten liegt. Oh, Mini-Zombie. Nein! Und spinnen! Leck mich! Nein! Nein! Nahrung! Alter! Ey, das geht wie lang so richtig auf die Nerven hier unten? Zambie und spinnen! Zambie und spinnen! Zambie und spinnen! Das geht nicht! Zambie und spinnen, wovon Green umgebracht wurde. Ey, ich komme immer an meine Grabsteine rein, weil überall ist die nächste Scheiße, die mich wieder killt. Meinst du da wohl hinter dem Spinnenspawner oder was? Nee, ich bin auch nach einem Echtsteam gegangen und selbst da kommst du denn weiter. Ja, mein Grabstein liegt hinterm Spinnenspawner. Ja, eine von meinen liegt auch dort. Da sind verwegte zwei Diamanten. Und zwei weitere liegen rechts davon. Ist echt richtig geil da unten. Ohne Schufe! Äh! Zambie! 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 Mit komplett enchanteter Rüstung. Mann, hier ist schon einst im Arsch. Los! Los! Drop den... Drop den enchant... Nein! Drop den enchanteten Helm! Drop den enchanteten Helm! Nein! Mann, hier ist schon wieder das kaputt gegangen. Och Mann! Wie lange probiert ihr das jetzt schon? Mehrere Stunden. Wahrscheinlich. Also, seit zwölf Toten. Seit vierzehn Toten. Ne, seit dreizehn Toten. Jetzt. Welcher Spasti von denen hat man jetzt meine Schaufel? Meine Grabstein? Wo ist mein Grabstein? Grabstein! Ich hab aber verzauberte Sachen bekommen. Zwar nicht die die ich wollte, aber ein paar. Äh, ach nööööööööö. Jetzt kommen hier noch mehr Zombies an, geht doch alle weg! Wir müssen das irgendwie jetzt faktisch klüger planen. Du hörst, wenn wir alle drei an einen Ort gehen? Ja, das würde die Sache vielleicht schon mal verbessern. Ihr könnt mir erst mal helfen, meinen Grabstein zu holen, der ist glaube ich am nähersten. Ich bin aber unten und werde von Zombies ge*****t. Ich weiß, dass du es von hinten magst, aber selber schuld. Ja, ich muss hier... Ja, irgendwie hinten rein. Ey, ich komm hier nicht auf dieses Stein hoch! Jetzt! Och nöö! Nee... Hey, ich habe nicht mal eins mit daran verklopft. Kommt schon der zweite. Ja, sag es doch, da kommt einer nach dem anderen. Das ist richtig nervig. Ich will aber meinen Grabstein haben! Ja, ich würde gerne meine drei Grabsteine haben. Ja, aber meiner sind ja... Da kommt ja meine... Ich würde gerne meine... Vermissten Grabsteine haben! Drei Tomys drei vier scheiß zu fünf ich hätte von zombies gereicht ist impossible zu meinen grad zu kommen das ist irgendwo hinter diesen spinns borna eine fresse verpässt euch doch wo kommen die denn alle her ja ich bin jetzt sehr weit gekommen ich habe keine fackeln und irgendwelche scheiß von hatte dich zu machen ich habe 51 dann gib mir mal der dann ausleuchtende scheiße das nützt absolut nicht die spinns von der immer noch und zwar an maß muss wieder sortieren entweder man hat richtig geiles kommt aber nicht weiter weil man irgendwie verhungert oder immer mal trotzdem verfolge hier 22 ich brauche ein scheiß bett du helde was ist denn das hinter dir ist man alter meine maus spastet schon wieder leck mich doch wieder kapitel meine guter das jetzt schauen was hier ist erst mal das von aufeinig komplett zu machen nee erst mal kompletten spawner abbau auf keine spawner doch die sind scheiße die nerven vor allem die kleinen mini pist spinnen die trocken jedes mal den helden weil sie den würde ich auf keinen fall aufbauen ja aber schnur scheiß helme die trocken nur eisen ja und gold und ja ja man kann man eben nicht gekriegt aber vielleicht trocken ist auch hier kannst du nicht wissen keine ahnung ich will aber zu meinen graben ja ich würde auch gerne zu meinen graben aber ich bin jetzt wo ganz anders erst mal oben und mit schuf box gefördert alles klar auf welcher ebene wissen wir sind noch als ob wir jungen normalerweise geht man eigentlich für ebene ebene durch ja war ja aber die ebenen sind halt riesig von daher weiß man manchmal gar nicht ob sich das lohnt so nacheinander durchzugehen aber lieber gleich zum kisten schüttler auch hier unten erstmal eine crafting bench und ich kann das gar nicht alles leer ruinen ich bin jetzt schon voll es muss unbedingt zu mein graben aber ich komme ja nicht weil er von scheiß spinnen weil ihr immer nicht die spawner abbauen wollt das ist ein scheiß spinnen spinnen die dürfen normal immer spawnen wenn man da ja die spawnen aber die ganze zeit überall ist noch einer in der nähe mit fackeln darf eigentlich nichts mehr vorhin so 10 20 spinn einfach auf mir drauf gekrabbelt wir wollten mich alle umbringen ich brauche mehr kohle ich bräuchte mal unbedingt okay da auch schon mal anfangen ich habe im moment gar nicht wo in der linien sind geil ich glaube das sind zu pflanzen womit du ender ansammeln kann ich habe nicht gelungen ich glaube schon so weit ich die ender lillies kenne ja ja komm mal her und dann fass doch dann bauen mir das ding an blaze powder hammer schon dann haben wir schon mal das ende auge ja aber das dauert ziemlich lange noch mehr nützt darauf nicht die wachsen circa so in drei stunden drei prozent final mit glück war zumindest bei mir wo ich weiß nämlich nicht wie man die anbaut die sollen schnell wachsen im end verzaubertes buch mit schutz am langsamsten wachsen sie an der oberen platz mehr und am schnellsten im end soweit ich das gehört habe mach mal mehr fackeln hier an ich habe keine fackeln mehr auf welcher ebene bist du red ich habe auch keine kohle mehr ich habe nichts mehr ich habe ein scheiß eisenschwert und eine holz spitzhacke baue dich mal hier durch oder ein eisen hast du keine spitzhacke ich habe keine spitzhacke mitgenommen ich wollte eigentlich zu meinen graben hier seite ja noch ich nehme erst mal zeug ab ich mache kohle mit ich habe irgendwie locker fünf sechs kisten leer geräumt so ein widerliches stück spinne also den carpet könnten wir gerne mitnehmen er ist gar nicht nur in roten flash hier zurücklassen also den carpet könnten wir es bei sehr vielen ja 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 Vielen Dank.